Im zweiten Tanz, Samba. Die Charlotte hier kennen Sie vielleicht. Sie war Weltmeister der Amateure mit Holger Nitschke zusammen. Holger Nitschke aus Freiburg, ehemals deutscher Meister, aber sie starteten für Dänemark. Und er musste wegen Rückproblemen aufhören und sie tanzt hier zum ersten Mal, ich habe sie jedenfalls zum ersten Mal hier gesehen, mit Markus Homm aus Augsburg. Aber wie gesagt, beide für Dänemark. 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 Untertitelung des ZDF, 2020